Herzlich willkommen zurück zu der Crew. Wir sind da. Hi, Patrick, Patrick, Tino und Malte. Ich lasse das Mike nicht nochmal machen, das war ein Fehler. Ja, sag ich doch. Hi Leute. Was ist denn ein Lappen anmoderieren? Was glaubst du, was da rauskommt? Hallo, ihr wollt sie kurz schnell anentrücken. Eine saubere Fläche. Bei Case openings ist das ganz lustig. Ja, hallo, hallo, wir öffnen jetzt Kisten. Ja, Mike ist halt ein Gesprächslegastheniker. Genau, genau. Ganz wenig. Hauptsache nur das ist nötig. Können wir jetzt springen? Nein. Ich bin gerade im grünen Drehzahlbereich. Ich hab das Gefühl, dass mir einer hinten rafft. Du keiner. Warum fährt Patrick schon los? Ich weiß es nicht. Komm, Teko, wir springen. So, komm, startet mal jetzt hier. Mike, ich tu los. Was denn? Ja, Freifahrts-Stun. Du bist... Achso, ja, Freifahrts-Stun. Bei mir gehört man gerade im Hintergrund noch Shakes and Pitchett Geräusche. Scheiße. Wohl, glaub ich gerade, hä? Ich hab eine faszinierter Aufnahme mittlerweile. Ja, ich hab ganz vergessen. Ich mach's nochmal heute mal zu. Jetzt mach den Scheiß-Räuber-Platt. Los! So, warte mal. So, warte mal, was hab ich für eine Belohnung gekriegt? So, lad ein. Los, komm auf geht's. Ja, ihr wart im Stunz. Ich hab gerade schon eingeladen. Erreiche 145, äh, 140 kmh. Okay. Also, warum wir das Ganze machen, ganz kurz. Und zwar, das Summit-Event ist vorbei. Wir haben eine Belohnung gekriegt. Ich hab zum Beispiel ein Trackstar Tuning-Kit bekommen. Und, ähm, ja, jetzt steht das Neue Sache an. Dafür müssen wir uns aber allerdings erst qualifizieren. Ups, lachen. Dafür müssen wir uns erst qualifizieren. Und, um uns, äh, an der Qualifikation teilnehmen zu können, müssen wir Stunt-Herausforderung Stufe 3 erreichen. Freifahrts-Rund. Rechte Straßenseite. Rechte. Äh, so. Das nochmal zur Info, ganz kurz. Können wir danach auch gleich nochmal zeigen. Jetzt müssen wir aber erst mal das hier machen. Oh, Handbremse geht ja richtig gut. Oh, oh, oh. Alle hier mit den Rennen-Boliden haben wir überhaupt keinen Grip. Hey, schubst pflichtig. Oh, Mike, schönes Auto. Danke. Jetzt schubst doch nicht, ihr... Ah. Ah, ähm. Meine Reifen drehen hier drauf. So, guck mal, jetzt haben wir Stufe 1 schon fertig. Jetzt gleich mal 600 Buckets. Guck mal, da vorne ist der C-Klasse-Fahrer. Gnab an 21 Autos vorbei. Was fährst du? Äh, LaFerrari. 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 Ich fahre einen LaFerrari, der hat... Das war die Gnab. Dann vorbei. Le Power. So, jetzt habe ich hier Verkehrsraudy. Die Cops suchen mich. Ich hatte nur an den Kopf vorbeigefahren, also. So. Sehr schön. Hallo. Weite, 0%. Ich habe Autos gewechselt. MVP. Oh. 155 kmh auf der falschen Straßenseite. Ich muss erstmal wieder auf die falsche Straßenseite kommen. Ich muss erstmal auf 144... Nee, 155 kmh kommen. Das ist gar kein Problem gewesen. Machst erstmal die Cops. Das ist ein Ziel, Leute. Timo, du musst es auch machen. Ach so? Jeder machen. Muss jeder machen. Okay, ich lege los, ja? Wie viel kmh? 155. 155. Okay, es geht los. Da ist aber Glück gehabt. So, Mr. Manus. Was ist denn mit dem Cops los, heute? Eigentlich. Kein Unfall. Krima, sollte man ja hinziehen. Kein Unfall. Das geht gerade schlecht bei mir. Er bleibt stehen. Ist ein Crew-Ziel. Ja, wenn ich stehen bleibe, wäre ich verhaftet. Ja, dann lass es sein. Ja, das ist richtig so clever. Dann fahr und bau keinen Unfall. Er weicht uns einfach aus. Das ist ein Ding. Die Cops haben schon wieder Schienenfahrzeuge hier, ey. Ja, natürlich. 170 kmh, ja, easy. Ich weiß, wie man ein Gelände war. Aber im Windschatten sollte das was werden. Aber hier ist ein Highway. Ja, ein Geländewagen habe ich gerade draußen. Na, Maik, du fährst einfach, du schlitterst etwas. Und du wirst dich, wo ich gerade bin? Du schlitterst in der Tat etwas. Ich recht dich, Strasenseite. Ja, gib Gas. Ja, wenn Team jetzt fertig ist, dann haben wir Stufe 3 fertig. Ja. Ach, an mir liegt's? Ja. Oh, Pagno, dann hör doch mal auf mit dem Scheiß, dann könnte ich es auch fertig machen. Oh, Alter. Ich muss Tino beschützen vor dir. Im Geländewagen. Ja. Ey, guck mal, haben wir doch schon geschafft. Ja. Ist richtig. Easy, oder? Qualifikation erreicht. Ich seh nichts. Juhu. Ja, und da steht's. Ja, dann würde ich sagen. Nice. Ja, brech mal das Ganze an. Ja. Ja, brech mal auf das Ganze. Ja, klingt auf jeden Fall super. Hab ich Bock drauf. So, und jetzt, auf zum Summit. Der ist ein Qualifier. Das ist nämlich diesmal da unten. Ups. Na, ready, Autos und betreten. Ah, Tino. Ja. Du kannst jetzt übrigens nachlesen, wo, welche Autos du nehmen kannst und welche nicht. Dodge Charger SRT8, okay. Das steht nämlich da. Wenn du zum Beispiel jetzt ein Event anklickst. Dann steht das da. Nehmen wir einfach mal die Driftprüfung. Denn steht da Drift USA. Also heißt das nur das amerikanische Fahrzeug. Aha, also das ist aber nachträglich reingekommen, oder was? Ja, ich glaube. Weiß ich nicht, vielleicht ist es vorher einfach nur nicht aufgefallen. So, Mann, mal Driftprüfung USA. Da steht auch, ob du ein bereingestelltes Fahrzeug kriegst oder nicht. Aber hier war USA, alles. Und es kann auch halt noch drunter stehen, ob es Kompaktwagen, Sportwagen, Hypersportwagen und so. Okay, wir haben... Och, Driftprüfung. Ich würde ja ganz gerne erst mal wenigstens meinen Driftprüfung bauen. Weil ich hab ja so ein Kit bekommen. Ach, hast du noch keinen? Driftprüfung, ich kann die ein, zwei, Mike. Ich werde rausfliegen. Gucken, wie oft du rausfliegst. Ich bin, letztens, als ich mit Patrick gefahren habe, alleine in das Rennen, bin ich auch rausgeflogen. Bei Driftprüfung, immer nur bei Driftprüfung. Sonst fliege ich nicht raus, weil du Driftprüfung. Beim Autofahren ist das nicht so gut. Ford Focus RS als Dragster. Habe ich auch. Haben wir alle. Nein. Mike hat eine Corvette. Wenn er verliert. Trüm schlechte Erneuerung. Ja. Weil der Focus RS ist einfach nur eine Maschine. Ich kriege natürlich den Weißen. Habt ihr jetzt aktuelles Thema, habt ihr den neuen Ford Focus RS 2016 schon gesehen? Nein. Richtig geellte Autos, das da rauskommt. Oh, nur gute Schaltungen. Tschüss, Mike. Ja, Mike, ist es kocht gut. Schill mal. Bleib mal hinter mir. Nee, möcht' ich nicht. Oh, nö. Oh, nö. Juuu. Oh, lol, die Wand. Alter Schwede. So 550, mehr ist nicht. 160. Geht noch was aber. Aber sieht her raus aus, ne? Ich bin nicht rausgeflogen. Das stimmt. Da geht noch was an der Zeit. Er ist der hättestte Drexter, den es gibt. Nö, ich finde, geht eigentlich ganz fit. Sieht ganz okay. Ist das nur eine Runde? Ne, zwei, drei. Drei. Äh, ja, drei Runden. Ich bin aber komischerweise so in der Mitte gestartet, wo die Scheine so streifen wird. Ey, ich fick grad nichts hin. Ja, das ist ein Mittelstreifen. Jetzt hab ich schon wieder zurückgeschaltet, weil ich nach hinten gucken wollte, ich hasse das so. Ja, Kollision ist ja aus, ne? Sieht mir aber auch öfters. Ja. Das war so schlecht, weil dadurch hab ich voll Schwung verloren, das war so dumm. Ja, ich hatte nen Scheiß. Wow! Meiner ist geflogen. Bei mir steht grad Ben was Rennen, bevor die Zeit abläuft, Leute. Krass. Okay. Das ist ein Bug-Tack-Druck. Weißt du, um was es hier geht, oder? Also... Einfach geradeaus fahren. 19 ist die Locker drin. Ey, ich war schlechter wie vorher, ey, so ne Schatz. Hast du Mike nur überholt von Norbert? Ja, ich hab nen Scheiß Start gehabt. Ja. Du warst vor mir. Eigentlich war ich direkt hinter euch, aber ich bin irgendwie durch die Synchronisation später ins Ziel gekommen. Wie kann man schneller sein, obwohl man hinter einem ins Ziel kommt? Das ist doch unmöglich eigentlich. Slack halt. Slack halt. Ich war acht Sekunden später drin, obwohl ich direkt hinter euch reingefahren bin. Du hast zum Beispiel auch Windschatten, wenn du ineinander drin bist. LoL. Hab ich alles perfekt gehabt. Aber ich bin... Ihr seid bestimmt anderthalb Sekunden vor mir gestartet. Nur mal so als Info. Krass. Nein, Patrick. Nein! Nee! Nee! Ja! Also meine dritte weiße Leuchte von der Ampel ist angegangen, da seid ihr losgefahren. Ja, bei mir war es auch grad schon wieder beendet, bevor die Zeit abläuft, obwohl ich schon lange im Ziel war. Jetzt bin ich nach dir ins Ziel gekommen, obwohl ich vor dir drin war. Das ist richtig strange bei mir. Ja. Versteh ich absolut nicht. Patrick. Ja, keine Ahnung. Also die Crew ist zum Teil für... Ist zum Teil für richtig schlechte... Also für Leute mit schlechten Mitteln nichts. Guck dir das an. Mike hat perfekt schalten und ich bin trotzdem. Junge, ich war vor Tino, ich war vor Tino im Ziel und habe fünf Sekunden mehr. Hallo, ihr... Ja, aber... Was? Ja! Fünf Sekunden habe ich mehr. Obwohl ich direkt hinter euch im Ziel war. Aber ihr wendet dran 1094. 1271. Ich hab erstmal einen Moment, ich weiß es nicht. Die Synchronisation ist in The Crew so schlecht. Ich bin auf 513. 668. Aber der geht auf jeden Fall mit 20. Auf jeden Fall konnten wir jetzt endlich mal ein Drag-Rennen mit Malte beenden. Naja, hat mir aber auch nichts gebracht, weil mein Rennen einfach fünf Sekunden später beendet hat. Da war dann so Ben das Ziel bevor die Zeit abläuft. Da war aber schon an der Hauswand hinten dran geklatscht. Ach, das da unten sind wir, die ganzen Qualifier, die jetzt kommen? Ja, genau. Das sind die ganzen Qualifier. Ach, das sind die ganzen Qualifier. Eines ist quasi schon erledigt. Genau. Das Qualifier fahren wir gerade und wir müssen drei Qualifier quasi eine Medaille holen. Ja. Also entweder Bronze, Silber, Gold oder Platin. Vollkommen wurscht. Dann brauche ich ja jetzt fast nur noch, dann bin ich ja schon Bronze. Ich auch. Okay. Kannst du noch rausrutschen? Wir fahren noch einen Monster-Arena und weil Trift und so finde ich, kann man fast einen ganzen Part machen. Kannst aber noch aus dem Lenken rausrutschen, Tino. Ja klar kannst du rausrutschen, wenn andere schneller sind dann noch, aber das ist erstmal egal. Ja, ich sag dir nur, wie du gesagt hast, wenn du Bronze hast jetzt... Ja, nein, das stimmt gerade, dass du dann, wenn dann... Weil du bist ja rausgerutscht. Es geht sogar recht schnell, ja. Melker ist aber nur aus Platin gerutscht. Ja, das war wunderbar. Du hast aber, äh, du hast das Fahrzeug gekriegt, oder, äh, Patrick? Ich habe den Lotus bekommen, ja. Wirklicherweise? Ähm, du kannst den Lotus Exige kaufen, der ist besser als der, den du bekommen hast. Ehrlich? Ja, finde ich schon. Der, der beschleunigt sich so gut, der hat nicht gleich Nutzgeschwindigkeit, den kannst du nur auf Performance tun. Die Strecke sieht ziemlich geil aus mit den Loopings und den Sprüngen nach dem Looping. Boah, Alter, was ist das vom Monster-Track? Das ist ein Chiroki, ne? Chiroki! Eher mein Grand Chiroki. Geil. Ich habe aber auch meinen Grand Chiroki hier. So, erstmal für den Ding hingelegt. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, wo geht's denn hin hier? Eindeutig, der Bart hat sich besser in der Luft gedreht. Ja. Ups. Ich habe einen dreifachen Rückwärtsseite gemacht. Wie geht denn sowas? Keine Ahnung. Fahren. Und sich dann drehen. Das ist nice. Äh, okay. Ins Wasser. Das ist dämlich. Ups. Oh, ich habe die 500 Punkte bekommen. Und nochmal ein Dreifachen. Ah, der zählt auch nicht. Oh, mein Wagen kriegt sich zum Teil nicht ein, ne? Hätten wir halt gar nicht. Das ist kacke, dass man die Strecke nicht kennt. Ja, ne? Man muss hier gucken, wie man irgendwie... Ist komplett anders, ne? Ja. Es gibt drei Monster-Track-Parks, glaube ich. Ach, drei Stück gibt's? Ja. Drei Stück habe ich schon auf dem Map gesehen. Das ist richtig strange, weil man echt nicht weiß, wo man am besten lang fährt. Ja. Ist irgendwie nach da... Man muss irgendwie nach da oben kommen. Wie kommt man nach da oben? Ich habe hier keine Ahnung. Ich habe hier nichts mehr. Mit dem Sprung auf jeden Fall. Habe ich gerade mit dem Sprung geschafft. Du musst durch den Looping... ...durch den Looping und dann kannst du weiter. Ja, aber am Ende des Looping... Oder man fährt hier hinten drauf. Hier ist so eine Rampe, wo man draufhangen kann. Oh, ey. Warte mal. Ich glaube, ich habe da was gefunden. Aber am Ende des Loopinges ist so ein... ...so eine Ramp und dann kommt... Ich lande gerade mit meinem Monster-Track und der denkt sich, ich schlag mal aus. Wieder nicht. Ein 5.000er, oder? Ne, gibt's auch nicht. Jetzt muss er hier noch keinen gesehen. Loll! Das ist einfach so schlecht. Aber die Strecke ist auch irgendwie... Ja, die müssen wir einfach mal öfters fahren. Ja, man muss halt so eine Strecke, weil man weiß ja nicht wie sie ist. Man kennt die besten Spots nicht. Ja. Ja. Das mit den Loopinges da ist geil. Looping sind wirklich... Mit dem Sprung danach. Wo ist der? Oben. Ah, ich komme nicht. Ich komme nicht hoch. Das ist mein Problem. Hier hinten gibt's Aufwege, wie man darauf kommt. Rampfen die hochkommen. Ja. Aber wo? Da, wo ich hier zum Beispiel bin. Ich bin grad über die Punkte drüber gesprungen. Hm. Ich hab halt keine Leistung auf dem Ding. Ich auch nicht. Ach, da hinten fahrt ihr hoch, oder was? Was hier in der Halfpipe? Ne. Was? Ne. Krankerscheiß. Hätte ich gesagt, da fehlt wirklich die Leistung bei dem Ding. Hm. Ich hab einen anderen gefahren, Michael. Hey, ich hab's doch auch mein eigener. Eventrang 944. 984. Da scheinen noch nicht viele mitzumachen hier. Nö. Hey, die, die jetzt ist nicht dran. Drück mal weiter. Ja, beim 438. 271. 271. Bei mir rattert halt immer noch durch, dass ich Teile kriege und so. Ja, bei mir. Aber das ist noch länger. Bei mir nicht. Hm. Ich krieg keine Teile. Fahrzeug. So, jetzt haben wir zumindest schon mal Bronze in dem Sinne. Und das heißt, wir hätten eine Medaille. Ja. Von dreien. Ja. Wenn wir das halten. So. Aber. Wir sind auch erstmal fertig. Mike. Ja, wir sind fertig. Genau. Ich bin ja. Wir sind fertig. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen da. Und ja, schaut doch mal beim Tino vorbei. Tschüss. Tschüss. So ein kleiner, den kennt man glaube ich nicht. Tschüss Leute. Hau rein. Haut rein meine ich. Mhm. Tschüss. mouthsher zu density.